So, jetzt haben wir die Damen, die Herren, das ist aber wirklich die letzte Runde. Dann hat es Schluss. Ist doch alles scheiße mit der Depression. Jo, wir müssen was dagegen tun. Wir sollten mal eine ordentliche Fete machen. Genau. Etwas, was die ganze Republik bewegt. Wir laden alle unsere Freunde ein. Genial. Das ist die Idee. Wir machen die Funtacula 21. Darüber werden alle sprechen. Jetzt brauchen wir nur noch ein Thema. Ich weiß es. Das Motto ist … Wir machen die Funtacula 21. Wir machen die Funtacula 22. Musik Musik